Wo, 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 wo. Tschüsschen. Hallo, herzlich willkommen bei Teezy. Zubäsch. Wir kommen heute zu einem Retro-Plantraft. Wir haben da hinten FIFA 19 geöffnet. Hellspin-Plantraft. Hellspin-Plantraft ist genau so sieht es aus. Man muss dazu sagen, das war das FIFA, wo Benji und der Arsch uns den ganzen Tag rein auf Bestoße hat. Tut richtig weh, weil FIFA 19 war eines unserer Lieblings-Fifas. Man sieht es an unserer Bilanz. Okay, am Ende ist die auch ein bisschen negativ. Ja, aber gehen wir auf die Drafts, ganz ehrlich, das will mich mal interessieren. Damals liefen ja auch schon die... Ich weiß gar nicht, ob ich da... Komm, wir müssen dahin, wir sehen noch einer offen. Ja. Guck mal, Draft-Teilnahmen. Also 647 Mal rausgequittet. Ja, das ist halt schon krank. Allein davon. Also die Hälfte der Verlierer-Bilanz ist rausgequittet. Genau. Ich würde aber fast sagen, wir nehmen hier einen Einzeltraft, weil Online weiß, ob wir den Gegner finden immer zum Abbrechen, ne? FIFA 19. Guck doch mal. Guck mal schon rein. Vielleicht ist noch einer gerade am Gamble. Geiler weiß, wie schwer das wird. Ja, das wird sauschwer. Übrigens, solange wir hier einen Gegner suchen, Freunde, Rat der Hölle, ne, ist natürlich da. Hellspin-Blindraft. Äh, wir gehen mal kurz hier auf die 360 Grad. Ja, ist noch das letzte Zeug vom letzten Mal drauf. Wie gesagt, die haben wir da gelesen, ihr wollt auf jeden Fall auch was Schafes sollen mit drauf. Nackenglatscher sollen mit drauf. Differenz, haben wir gesagt, es könnte sehr ekelhaft werden und auch sehr gesundheitsschädigend. Aber lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr öfters auch Retro sehen wollt. FIFA 20 haben wir noch, FIFA 21 haben wir noch. Ich glaube, 18, 17 wird schwierig. Ich glaube, das wird nix mehr, ja. Da ist Xbox und der Rest kann man ja gar nicht mehr zocken und ich glaube, das wird auch nix sehen, ne? Ne, ich glaube, wenn wir sind der Einzel-Tour-Aufstrahl. Haben wir auch noch offen. Ist auch noch offen. Das ist noch aussah. Eigentlich genauso, ne? Fast genauso, ne? Hat sich nix geändert. Achtung. Jetzt hat man einfach ein Blut, oder? Die grüne. Und die kam halt einfach damals schon gefährlicher wie jetzt in FIFA 22. Das sah halt echt genauso aus, obwohl es PlayStation 4 war. Okay, das kann richtig ekelhaft werden. Es gibt nix einen Bonus, ne? Nix einen Bonus. Und man weiß ja auch gar nicht mehr. Das wird eklig. Schnick, schnack, schnuck. Du bist als erstes blind. Das ist gut von dir. Das ist sehr gut. Scheiße. Ich will erst mal ein bisschen hier gucken, was so abgeht. Was für Spieler kommen. Scheiße. Welche Formationen. wir gehen rein. Wir nehmen natürlich Coins, ne? Selbstverständlich. Ja, 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 ja. Und ich geh auf Ultimativ, warum auch immer. Ist ja egal. Ach du Scheiße. So. Formationen sind da. Aus der heutigen Sicht würde man sagen, sind ein paar gute dabei, ein paar schlechte dabei. Nehmen wir die vier. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber was war denn das hier? Foot Geburtstag. David Alaba. Aber auch schon die erste Icon ist mit am Start. Zwei. Yes! Richtig und richtig. Wir gehen... Boah, Alter, die Formation. Ich kann jetzt schon kaum durchklicken. Ach du Scheiße, nein. Nichts besonderes. Foot Geburtstage werden hier anscheinend gut gegönnt. Äh, drei. Mhm. Alter, ich kann hier... Ich kann hier schon gar nicht durchklicken. Das wird wild. Wann ist die Tots? Team of the Season, ja? Zwei Team of the Season am Start. Eins. Scheiße, wie die aussahen. Also die sahen ja bodenlos aus. Ja. Ah, das war noch Halloween, ne? Ja, Ultimate Scream Event war es ja. Dann Halloween, stimmt. Wurde es ja nicht mehr genannt. Ein, zwei Tots und zwei Team of the Week. Drei. Können wir nicht mal die drei. Loggen mal ein. Gehen wir mal hier rüber. Team of the Season sind am Start. Zwei. Zügankov. Ach du Scheiße. Also da bin ich erstmal gespannt, ob so da einer aufs Parkett schmeißt, ne? Äh, ich muss schon kaum da. Okay, ja. Was ist denn so weit? Nein, nein, nein. Drei Tots wieder am Start. Viele Tots, Digga, sind wirklich, äh, da. Fünf. Bocan Negra. Okay, also, du willst auch ein bisschen wissen, ne? Wir haben. Das, aber selbst das Toadie sah eigentlich bodenlos aus, ne? Wenn man jetzt die Karten kennt, ne? Ja. Aber es ist ein Marcelo Toadie. Immerhin. Geil. Äh, zwei. Oah. Schade. Schade. Schade Marmelade. Der wurde leider nix. Ein Paul Pogba. Ein Paulinho. Äh, nehme ich mal die, nehmen wir nochmal die drei mit. Ist eingeloggt. Ja, nichts besonderes. Ein Tots wieder. Europa League. Team of the Week. Zwei. Okay. Die Formation ist ja wirklich böse. Ja, wow. Ja, wieder Tots am Start. Vier. Also, ich weiß auch nicht, was du da baust. Letzte Position. Ja. Eins. Ist eingeloggt. Team automatisch vervollständigen. Ich bin nervös, ne? Das wird richtig ekelhaft jetzt. Alter, das ging ja noch schnell. Also, die Surfer sind da. Hier. Drei, zwei, eins. Let's go. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Geh da rein. Formation ist da, Digga. Formation ist da. Ach du Scheiße. Hast du aber schon ein paar gut hingestellt, Digga. Ein paar gut hingenagelt, ne? Wie. Du musst mal gar nicht sagen. Gar nicht so verkehrt. Du kannst ja wirklich alle. WTF, WTF. Ich bin's. Du hast alles aus der Premier League, Digga. Du hast alles aus der Premier League, wo du dir komplett einfach hinageln kannst, ne? Du hast alle. Du hast einen Riyad Mahrez. Ich bin komplett überfordert. Du hast einen Leeroy. Du hast alles da. Ich bin komplett überfordert. Du hast einen Morales in Terzi. Ich bin komplett überfordert. Ich bin ganz wichtig, Digga. Er sieht es einfach nicht. Er hat es uns schon. Ach komm. Hör doch auf. Ich bin schon überfordert. Jungs, er wills wirklich gar nicht. Er wills nicht. Aber ey, herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns vielleicht dann eventuell am Rad. Ach du Heidegatt, Blumam. Was machst du jetzt? Jetzt haben wir noch vier, drei, drei, zwölf Sekunden. Aber was soll ich denn da machen? Ich hab' da ja gar nichts dabei für die Seite. Ach du Kacke, Digga. Was der fabriziert. Ich glaub's gar nicht. Er wills nicht, Jungs. Er will es nicht. Drei, zwei, eins. Keine Ahnung. Was? Wo? Wo? ein spieler getauscht ein spieler war da es bringt nirgendwo was plus 2 oder war wichtig einer zweite das zweite der wäre wichtig gewesen aber sicher wie überfordert ist das ist krass oder hätte auch gegönnt du hast zwei genommen gut geben beide gleich muss es dran gewöhnen gibt ein resumé von sagenhafte ich hatte aber nur lm lf und die standen perfekt da konnte ich nichts weg machen was soll ich denn bitte machen ja schon eklig die links hast du dir schon ein gutes eck gebaut ach du gott wie wir waren es aber ich sage da ganz ehrlich es hat mir auch nichts gebracht da ist irgendwo länger zuzugucken oder sonst irgendwas ich sage ich muss die brille danach aufziehen ich sage ehrlich ich habe irgendwie das gefühl ich krieg es wieder ab nach einem draft ist jetzt schwer zu sagen also das ist ja wirklich hart was hast du für eine legende auch gewählt ich war das beste ja das ultimative erst dann okay machen wir das beste hier auch bei dir okay deine aufstellungen sind da es ist eine aufstellung da die müssten wir jetzt nehmen oh ich glaube die waren viermal 19 gut kann es sein ich finde die 2 auch eine scheiß aufstellung ach du scheiße aber chat wie krank ist denn das der hat drei der hat drei icons da drin drei drei icons kacke alter um wie krank ist denn die robbie von percy karte alter heftig ich gehe mal mit der 1 drei icons da kann man keinen eignet treffen nein jetzt hast du guck mal hier geile champions league hummels ist am start was waren so gratis für eine karte gehen wir mal da drauf stars im bas war otw stars im blickpunkt gibt mir die vier woher die kimbembe karte sah auch hart aus so kommen ja 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 das ist schon beim durchklicken kritisch der haut ist beim durchklicken kritisch ja du hast viele tots karten am start die zwei guter mann guter mann dann dein lieblingsverein haben wir getroffen die immer auf die position hier viele change le害 hatten die gab es damals noch ueva champions league team auf was war das tournament war das okay your spielten der mittlerweile das wird mich mal interessieren klingt da überhaupt noch schritt Schreibt es mal rein. Felipe Luis? Ja. Wer war denn das? Kennst du denn nicht mal den Brasilianer, den LV? Ähm, ja, wir haben hier... Ah, von Atletico war der, ne? Ja, genau. Wir haben hier Informs am Start, Twitter, ein Totzes am Start. Die Ons. Äh, UN 2 und 1. Alter, kickt der... Nee, auch lang nicht mehr. Wer? Higuain, kickt der noch? Ja, wenn dann irgendwo ein China oder ein MLS oder so. Ja, weiter geht's. Äh, 3? Alter, Wildehausen, was es da Karten gibt. Vor allem, was hatte der bitte für ein Rating gehabt? Okay, wir gehen hier weiter. Das war Future Stars, okay? Sieht krass aus, du kannst auswählen. Informs auch viele dabei. 4. Ja, der Mann, der will überall mit Spiele heute. Jungs, das Durchklicken ist ja schon echt schwierig. Alter, das war einer der besten Karten-Chat. Foot-Geburtstag, mehr sage ich dazu, ein Innenverteidiger. Kranke Karte. Wer war das? Kann ich jetzt sagen. Der bringt mir doch gar nichts, oder? Ja, okay, das war Walker. Walker-Foot-Geburtstag war krass. War das die 91er? Nee, 88er-Karte, IV. Äh, 2. Fuck. 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 Ja, okay, weiter geht's. Ja, sowas will ich doch hier sehen. Alter, Rings. Lenny Rings war das, oder? Eine 4. Ja, Harry Rings war das. Lenny, wir haben über Lenny gedacht. So, 2 Positionen noch. Ja, das gefällt mir hier. Das gefällt mir. Gefällt mir. Ah, gefällt mir. Ja, du kannst. 5. Knack-Nun. Kennst du den Knack-Nun? So, da vorne auf die Position zu kommen, ist so kriminell. Alter, du hast einfach einen Ibra-Kadabra Team of the Season. 95. 3. Okay, wir tun hier Team Auto vervollständigen. Scheiße, scheiße, scheiße. Senkt doch an der Drücke, ich muss die Brille aufziehen. Ich hab Augen zu. Ja, 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 ja. Hier ist die Brille. Sonst sehe ich gar nicht, so fühle ich mich gerade. So, Maulwurf, hier bitte. Warte, ich hab sie. Controller, warte. Hier, 3, 2, 1, let's go, mein Freund. Alter, guck mal einfach vorne. Gonzalo, Higuain, ne? Alter. Wie geisteskrank war bitte diese Karte, ne? Vor allen Dingen, was gab's da? Luis Suarez, guck mal, hast du noch gekriegt. Cancelo hast du noch gekriegt. Das ist ja heftig, Digga. Das ist ja einfach nur heftig und du kannst natürlich hier super, super umbauen, ne? Was du da wieder alles hast. Ja, perfekt, perfekt. Alles schön auf die Premier League, ne? Was anderes hat er nicht, um auf die Premier League umzubauen. Ach gut, das war ein Thiago Silva. Ja, das war's. Thiago Silva, David Silva. Ja! Komplett Premier League. Ja! Und der geht da nochmal rein. Hat komplette Premier League. Yes! Das kann doch nicht wahr sein. Komm, dann können wir mal sortieren, die Zeit uns nehmen. Das kann nicht wahr sein. Ja! Aktuell läuft's so im Hause, Thiago. Das ist so ein Gas, als der Junge hat. Wahnsinn! Noch ein Tabarnier. Der ist auch noch auf die Stadt. Unfassbar, Alter, ne? Er hat einfach komplett vorne Premier League rumgebaut. War aber vorne, hab ich schon gut getroffen, ne? War schon alles, ja, war schon. Und du hast auch noch schön Premier League bekommen. Ja. Da wird er abholen. Die Ohrens. Scheiße. Das wäre nicht richtig. Oh! Da bist du doch! Da bist du doch! Scheiß Rad. Auch in FIFA 19 ungeschlagen, ne? Und halt die Schnauze, Alter. Geh ans Rad. Go! Bitte auf den Switch. Bitte auf den Switch. Bitte auf Differenz. Komm! Gönn die Differenz. Gönn die Differenz. Komm! Let's go! Ja! Ja! Ist der wichtig gesprungen! Trümmerbruch. Oh Gott, war der wichtig! Trümmerbruch. War der wichtig! Ganz großer Trümmerbruch. Oh, ich muss kurze Hose. Ich muss wieder in die Badehose. Nein! Oh Gott, war der wichtig! Da hätte ich denn einfach mal stehen bleiben können. Ich hatte Angst, dass er hängt. Bitte ab in die Sample-Bade. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was denn das jetzt? Wo ist es in die Seite Oberschenkel? Da tut es mehr weh in... Hey, was hat es gesagt? Wer sagt es? Außen... Okay, wenn wir jetzt schon so spielen, Digga, das Assozialzeit ist... Ah! Ah, du... Ach doch, du Drecksack. Schön in die... In die... In die Kehle rein, wo es waffelig ist, ne? Ja, das ist dreckig, was du machst. Da kommt der nächste direkt auch nochmal hingeflogen. Ah, fuck. Wo war denn der? Wo ist er hin? Du hast dir da unten... Da, natürlich. Hier ist er doch. Da kommt er doch schon. Wie kann man denn hier unten reinschießen? Digga, wie kann man... Hä? Das ist eigentlich unmöglich. Hä? Wie kann man hier reinschießen? Guck mal, dann gehen wir da zurück. Ach, der tat viel mehr weh. Den anderen hast du nicht richtig, nämlich, ohne getroffen. Fuck! Ah! Man hört denn mal endlich wieder diese scheiß Glücksträhne auf von dem. Yes! Ich will dir mal vor, da kommt Differenz drauf. Kannst du... Das geht... Das hältst halt aus, ne? Ja, Freunde, wir sind raus. Ich hoffe, der hat eine scheiß Glücksträhne. Lässt man bald mal nach, wird er... Langsam redet man, glaube ich, nicht mehr vom Glück. Ach, pfff, ja, was ist denn sonst? Ciao!